Jo Leute schickt mir in Zukunft gerne Clips zu Instagram Guss 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 Heißen Maui Puh, Jäger, Jäger! Ach du Scheiße! Wir ziehen gleich mal bei Antonia auch den Stream rein. Wenn der Besoffene... Ja, 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 ja. Ja. Was macht sie da? Ah, ha, 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 ha... Schwanz in meinen Arsch! Nein, mach das nicht? Ich liebe dich. Nein, mach das nicht? Ich liebe dich, du sagst Schwanz in meinem Arsch. Schwanz in meinem Arsch? Schwanz in meinem Arsch? Schwanz in meinem Arsch. Schwanz in meinem Arsch. Nein, ich hab die Arsch nicht gehört! Warte, 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 ich höre nicht. Kannst du es wieder sagen? Nein, die Arsch! Schwanz in meinem Arsch? Ja. Ach! Ich hab ein Zürichring unter meinem Arsch. Ich bin wie ein wilder Stier und will jetzt was von dir. Was ist das? Was ist das? Sind das Tempos? Situationsabhängig. Okay. Ich wollte auch mal was sagen. Willst du noch was sagen? Kein Problem. Die Bühne ist deine. Achtung. Oh ja, interessant. Okay, cool. Ich denke mal, da hat er sich eingeschissen. Noch irgendwas dazu sagen? Oh ja. Ah ja. Okay, war es jetzt das letzte Mal, was du sagen wolltest? Oder was? Hast du Stuff mit Sascha gemacht? Nee, ich würde gerne Stuff mit Sascha machen, aber das habe ich leider nicht gemacht. Guck mal, das Ding ist, ich sage es euch jetzt so, wie es ist. Ich bin ziemlich dumm. Jede Streamerin, die gut aussieht und so einen Clip machen würde, ich würde sie pushen bis zum Gehtnichtmehr. Aber es macht keine bei mir. Warum? Warum nicht? Ich sehe gut aus. Ich habe über 100 Immobilien. Ich bin extrem reich. Ich habe einen tollen Körper. Was soll das? Was soll das? Denkt ihr alle, ich bin unantastbar? Denkt ihr alle, ich bin unantastbar? Traut euch doch einfach. Traut euch doch einfach an mich ran. Es ist ja nicht so, es ist doch nicht so, als wäre ich außerhalb eurer Liga. Es ist doch nicht so, als wäre ich außerhalb eurer Liga. Traut euch doch einfach. Traut euch doch. Mein Gott. Ich lasse mich gerne darauf hinunter. Also, verstehe ich nicht. Eine Persönlichkeit bin ich. Also, Junge, 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 Junge. Sie meint spielen. Sie meint spielen. Sie meint war so ein Spielen. Und das haben wir schon lange nicht mehr getan. Sie meint war... Sie raucht leider, ne? Wenn meine Frau küsst, sie raucht, schmeckt das so, als würde man einen Aschenbecher ficken. Oh, I won't lay you down. Ja. Aschbohrer bekommt jeder. Wenn man naktoseintolerant ist, ne? Und einen Mozzarella-Ball fickt. Stirbt man dann? No joke? Meine Frage wurde mir immer noch nicht beantwortet. Und zwar geht es um Länder Südamerika. Ach, du Schnitzel. Carmen fängt an. Das kann ich nicht. Eins ist Amerika. Eins Amerika. Ich kann das nicht. Ja, hast du schon einen Punkt. Ja. Ich muss auch mal ganz kurz... Brasilien... Es ist eh egal, weil... Also manchmal frage ich mich, also wann diese... dieses Quälen an Dummheit aufhört. Das ist wie so ein Wasserhahn, der endlos läuft. So ein... So ein Digga! He's fat. He's fat. Real good. And then you got donkey over here. No joke. Ich hätte so gern einen Esel, Chad. Ich hätte so gern einen fucking Esel. Ich hätte so gern einen Esel, der einfach durch meine Videos läuft, im Hintergrund überall hinpisst, hinscheißt. Das wäre so chillig, einfach einen Esel zu haben. Boah, so ein Esel als Homie, Digga. Stell dir vor, du sitzt mit dem Esel zu Hause, rauchst mit dem Shisha und so, Digga. No joke, ein Esel wäre ein richtiger Bro. Akani? Sollen wir uns einen Esel holen? Ganz ehrlich, ich will einen Esel und eine fucking Ente. Esel, Ente, Bro, ganz ehrlich, ich mach Bremer Stadtmusikanten. Ich mach fucking Bremer Stadtmusikanten. Esel, Hund, Katze, ja Katze, was anderes, Biber vielleicht und dann eine Ente, Digga. No joke, richtig geil. Oh, ein Esel. So verdient. Frau Merkel. Frau Merkel, hallo. Frau Merkel, hallo, sieh, sieh. Von den Besten gelernt. Was hat sich Sascha da für ein Video als letztes reingezogen? Also schon, ein chilliger Beat. Bruder, hör doch mal. Ich weiß, wie der sich anhört. Ich hör doch mal. Den könntest du doch als Realtor Beat nehmen. Das wär gut, ja. Den könntest du doch als Realtor Beat nehmen. Du hast mich lange genug verarscht. Okay. Aber jetzt bin ich da und ich werde dich auseinander teilen. Alles klar? Ja, ja, ja. Ja, braa. Ja, ja. Okay. Ey, dieser Clip von Inscop. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, chillig, Digga. Der Bus, nachdem Nico da mitgefahren ist. Hey, hier gibt's übervie-viele BDTV-Emotes eigentlich, Chad. Ich check's nicht so. Eigentlich hab ich, äh. Ja, dann müsst ihr BDTV und Franker sehen uns beide. War, Alter. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten, wieder schauen und reingehauen.